Was? Mon Cherie gibt's erst wieder im September? Sie machen ja wohl Witze. Vielleicht wegen der Kirschen und der Hitze im Sommer. Das mit der Sommerpause ist doch jedes Jahr so. Wegen der Frische. Drum schmecken die auch immer so frisch. Mon Cherie mit der Piemont-Kirsche. Ab 1. September wieder frisch bei ihrem Kaufmann. Also mein Mann ist ganz verrückt nach Mon Cherie. Der zählt schon die Tage.